Ich muss nach Hause. Hast du noch Freunde da drin oder so? Nein, ich bin allein. Mein Auto steht da vorne. Also kannst du nicht fahren? Alles okay, kein Stress. Nein, ich ruf dir ins Taxi. Ich brauche mein Auto nur früh. Trotzdem, vielen Dank. Sehr nett. Ey, verzieh dich, du Wichser! Halt's Maul! Ach, Scheiße. Blüte Zimmer? Blüte noch? Nein, alles gut. Hast du dich verletzt? Ja, schwillt total an. Hier. Gehst du oft ins Anex? Nein. Warum allein? Nur zum Tanzen. Ja. Du suchst einen Kerl. Ach ja? Zum Tanzen zieht man sich was anderes an. Okay, erzähl mal. Keine Ahnung. So nicht. Wie? So nicht? Sieht nuttig aus. Wie bitte? Wie soll man das sonst, ne? Vergiss es, vergiss es. Du musst dich nicht wundern, wenn du irgendwelche Kerle... Halt die Klappe. Wie kommst du jetzt zurück? Danke. Keine Ahnung. Warte, ich hab's schon. Die Versicherung zahlt das hier. Und bist du ganz allein? Hilft dir niemand? Beim Laufen, oder was? Nein, mit dem Haushalt und so. Doch, doch. Da kommt ständig jemand. Ist alles okay? Okay? Stefanie? Ist hier schlechte Luft? Stinkt ein bisschen. Ich glaub, das bin ich. Komm, wir gehen raus. Nein. Na los, zieh dir was an. Nein, ich bleib hier. Das wird dir gut tun. Nein, ich sag, ich bleib hier. Warte, ich helfe dir. Vorsicht, lass uns. Hey, hör auf mich zu schieben. Mir wird schlecht. Ich mach das allein. Nein, ich sag, ich sage, Sie schiene. Alles, ich sag, Sie schiene! Ich bin bloß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020